und jetzt die ganze zeit vor mir abhauen ist es zeitverschwendung oder gibt es alles doch irgendwie ein sind ich verstehe es geht doch weg man hat sowas von keinem bock auf die kämpfe ich will einfach nur weiter kommen die sind eh nicht wenn die wenigstens so schwierig dass ich beinahe am verrecken werde dann wäre es ja noch was also ich habe genug ich habe sowas von genug zack mein Dekker aber sowas von heftig deftig was bin . d ich . Say goodbye Okay, ein Angle so und los geht's komm verreckt doch endlich und schiss gib es einer ist weg Nummer 2 ist dran BOOM BITCH YOU COULD DO NOTHING ja PUSH die dich hier zuerst eh kaputt gemacht wieviel HP hat der Typ eigentlich äh 2... 200... ne viertel Mille das ging aber schlecht naja eigentlich nicht wenn ich auf max der das wäre eigentlich mit einem Schlagwerk glaube ich oder 999 1099 das heißt 2-3 mal angreifen tschüss ne viertel Mille was laber ich ey egal scheiß drauf der ist jetzt weg das ist alles was zählt alles was zählt 4 stars sehr schön bla lass mich durch oder ich geh werd pisst alter dafür waren die Dinger da soll ich jetzt hier hingehen oder weiter wo wo und da vorne geht's da lang ach komm ich geh hier lang wohin jetzt da rein oder wie ah jetzt weiß ich an was mich das so brutalst erinnert ich kann hier gar nichts machen oder bin ich jetzt schon woanders ja doch ähm Endboss von Sonic Generations The Time Eater jetzt da lang ok du guckst hier hin und ich geh doch nicht scheiße boah ich hab können wir nicht abhauen oder so nein geht's nicht oh man wie Berg ich glaub ich mach daraus ein bisschen was schnelleres damit man hier schneller durchkommt weil das ist einfach zum kacken und kotzen gleichzeitig kräft jetzt heilen sie doch endlich alter war das knapp függ über hier Fuck Nichts provozieren Ich glaube das war's Oh man jetzt bräuchte ich Odin Sorry Ah wie Andre immer sagt Lightning 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 Nooo Und so Ich wollte eigentlich durch ohne gegen diese Dinger zu kämpfen Aber das sieht wohl Schlecht aus Naja Noch einmal Und los geht's Wie wär's mit angreifen alter Das gibt's doch nicht ey Ja so geht gar nichts Wenn ihr euch alle auf verschiedene Leute Konzentriert Wir müssen schon alle Gleichzeitig einen kaputt machen Sonst funzt es nicht Oh man Hier kommt man ja gar nicht durch Und jetzt nur einen angreifen Wie ihr wechselt wieder Irgendwie sagt alle So Noch ein Angriff Und der ist weg Komm schon Hopp Ja Jawohl Ah fuck it Ja Das bringt so nix Wenn die sich nicht alle automatisch auf einen konzentrieren können Nur weil die Pisse da angreifen Das bringt's echt nicht Und der ist der dahinten Und der ist der dahinten Oh Das probieren wir jetzt aus Mir scheiß egal Ach du scheiße Achso das ist so n sort Ah Gegen den hatten wir es ja schon mal Hä Was soll der scheiß Einfach angreifen Wie der es damit Komm noch einmal Und los geht's Während dem angreifen Welten wechseln Es ist doch Wurscht aber Gleichzeitig Das 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 nerd alter scheiße probieren wir mal den weg hier weil da ist zwar was wichtig ist aber ich hab keinen bock jetzt hier fünf stunden obwohl ich ein item break man aber ich mache online online und offline offline okay und du merkst es nicht und du verkackst jetzt noch schneller und tschüss schon wieder konzentrieren sie sich nicht nur auf einen ist doch voll der dreck wenigstens etwas sehr schön gleichzeitig gewachsen auch zum angriff jawohl sehr schön schade so jetzt zu dir noch einmal so ein angriff und du bist weg um jetzt aber schnell hat doch funktioniert 5 stars so weiter geht's echt geil wenn du sagst dann glaube ich dir auch okay nochmal zum abfluss diese drei pizza und ich kann bald wieder odin holen noch einmal und alle fange scheiße kommt schon nur noch ein kleiner angriff sehr gut sehr gut und jetzt angreifen und tschüss fuck alter fang damn fang fang ja come on das müssen wir noch schaffen wenigsten sehen hier so nicht so ich hab's gewusst verdammt egal die kriegen wir da und wir konzentrieren uns auf diesen soldatentypen zuerst und dann wird das schon alter ich nehm schon eine stunde auf und mir kommt es vor wie so 15 minuten krank so alles sich auf den hier konzentrieren los geht's noch einmal nicht so schnell ach komm jawohl und weg mit dir fang alter was sind das du sollst mit mir zusammen angreifen so wird es doch nicht oh man fast komm ich will das schnell beenden habt ihr kein irgendwie ding ins punkt nichts da merke ich doch nicht in games dann bewegen sich die nicht weg von hinten hoffentlich yes jetzt kriegen wir sie locker down und direkt zum angriff los geht's sehr schön ja Jawoll! Die, my heart! So! Und jetzt du! Komm einmal richtig durch und der schreckt! 200 240 Jawoll! Und jetzt so schnell wie möglich weg mit dem hier! Verstampfen! Niel ist weg! Egal, dann krieg ich noch Down! Und jetzt so schnell wie möglich auf Highlight! Fuck! So und jetzt bin Niel! So und jetzt ist es um Archmeld, boy! Du hast gleich verloren! Das wird nicht reichen! Verdammt, es hat trotzdem gereicht! Nein! Ich hätte doch fast gewonnen! So ein Scheiß! Ich war so kurz davor! Hätte seine Attacke noch ein bisschen länger gebraucht! Verdammt! Nein! Verdammt! Was? Komm, lauf vor! Hab, gib Gas! Ich will nicht den ganzen Tag warten! Scheiße, sieh! Oder sieh! Oder wie auch immer durchhalten! Verdammt! Jetzt hat er mich! Digga! Komm schon! Erstmal ein Back und dann gucken wir, wie weit wir kommen! Und jetzt... Sohlt sie den Arsch alle! Darum muss Fang immer wechseln! Das ist so sparsinnig! Dann bleib ich über 80 Scheiße! Dann bleib ich über 80 Scheiße! Schnell schnell schnell! Schnell schnell! Tor empie zu an ihm! Danke! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Hi home,SC retrieve ich! Alle auf einmal Nicht nochmal diese scheiße Attacke Dang, kommt schon Das ist keine andere Wahl So, let's go Odin, let's do this shit Erstmal den Schockzustand Schau, schau, nicht mehr lang Jawohl, und jetzt angreifen Sehr schön, um die zwei können wir uns jetzt So Das bringt so gut big guns 5000 Und zack Wenigstens etwas Cyberblade BAM So Und jetzt geht's weiter Sehr gut Noch einmal durchziehen Der ist im Schock Wie kommst du mit mir um Hilf doch So Angreifen Sofort Warum What the fuck Geht Geht doch Den haben wir gleich Den haben wir gleich Jawohl Und Nummer 2 Los geht's Wie beim Ist gleich in Schock zu Stadt Man So Tschüss Say goodbye Ist jetzt wurscht So Boah, endlich, Alter Nichts gut So Speicherpunkt, ist klar Aber bevor wir das machen Gehen wir jetzt erstmal ins Krustarium Ah, hier ist schon alles voll Oder? Ja Dann machen wir das hier noch gerade komplett Ah, nur noch zwei Stück, oder? Warte 20, 32 Ja, nur noch zwei Stück, dann haben wir das hier auch durch Voll Hi, da, 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 ja, komm Oder? Ja, hier Ich hasse sie dafür, dass sie mehr Angriff hat als Lightning Ansonsten könnte ich sehr gut mit dir Kooperieren, sag ich jetzt mal So Also Hier ist Nicht alles voll Und das ist schlecht Obwohl Sollen wir eigentlich nicht Verheber Hier ist aber schon alles voll Was hat sie denn noch? Manipulator Nein, da nehmen wir den Heiler Na, da fehlt noch einiges was Eins Neun Und sechs Sind fünf Zehn Und acht Sind drei Und so Ja Wenigstens etwas So jetzt abspeichern Alright guys Dann heißt es für jetzt DJ Michael Axe Makes a little break Und wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 13 Blind Peace bis dahin YouTube DJ Michael Axis out Word Are you Now This Oke I